Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der dunkle Lord sagte, dass ihr kommen würdet. Hier endet eure Reise, junge. Gefangen und frierend auf dem Dach der Welt. Und nur der Tod kann von eurem Ende singen. Es sieht nicht gut aus. Wir sind völlig umzingelt. Eine Chance haben wir noch. Helft mir, Frostgram zu finden. Wenn die Klinge so mächtig ist, wie ihr sagt, könnte sie unseren Sieg bedeuten. Mir ist ziemlich mulmig dabei, Junge. Aber ich habe versprochen, ich stehe euch bei. Hauptmann, ich überlasse euch die Verteidigung. Brechen wir auf. Natürlich. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das Licht ist meine Stärke. Allzeit bereit. Besteht Gefahr? Ist jemand verletzt? Ich bin euer Diener. Ich bin bereit. Ich bin geehrt. Japp. Abgehoben. Die Gerechtigkeit wird siegen. Die Gerechtigkeit wird siegen. Es ist mehr Holz erforderlich. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Stadt wird belagert. Weiche! Zeit zu gehen! Wie kann ich dienlich sein? Was ficht euch an? Was ist euer Begehrt? Unsere Stadt wird belagert. Hoffentlich habt ihr einen guten Grund. Oder auch Zeit. Was ist euer Begehrt? Ich erwarte einen Befehl. Bereit zur Arbeit. Ich bin bereit. Verfügt über mich. Wie kann ich dienlich sein? Ich tue mein Bestes. Euer Neustraub. Bereit zur Arbeit. Ja, mein Laut. Ist meine Hilfe von nöten? Forschung abgeschlossen. Bereit zur Arbeit. Ich stehe für das Licht. Gewiss. Ich erwarte euer Gehe. Ein solider Plan. Das Licht ist meine Stärke. Das ist voll der Hammer. Für einen Menschen braucht ihr ganz schön lange. Ich bin hier, um zu helfen. Gehen wir? Bereit zur Arbeit. Besteht Gefahr? Ich bin hier, um zu helfen. Für die Ehre. Für die Ehre. Ich erwarte euren Befehl. Ja, mein Lord. Richtig. Was ist euer Befehl? Was ist euer Befehl? Besteht Gefahr? Gewiss. Bereit zur Arbeit. Spürt meinen Zahn. Was ist los? Allzeit bereit. Was ist los? Die Gerechtigkeit wird sieben. Für einen Menschen braucht ihr ganz schön lange. Gehen wir zur Arbeit. Die Gerechtigkeit wird sieben. Das Licht ist meine Stärke. Unsere Stärke haben belagert. Ich stehe für das Licht. Besteht Gefahr? Wie kann ich dienlich sein? Immer langsam mit den Jungen werden. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich bin hier, um zu helfen. Geht ihr? Die Gerechtigkeit wird sieben. Allzeit bereit. Allzeit bereit. Ich stehe für das Licht. Ein solider Plan. Ich bin bereit. Arbeit ist verbraucht. Was ist euer Begehr? Es ist mehr Gold erforderlich. Hallo! Das Licht ist meine Stärke. Natürlich. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Was ist los? Euer Durchbruch. Die Gerechtigkeit wird sieben. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Dann mal los. Ich bin hier, um zu helfen. Ich komme, um dieses Mann zu leuten. Ich stehe für das Licht. Gewiss. Natürlich. Verlasst euch auf mich! Kehrt um, Sterbliche. Tod und Finsternis erwarten euch in diesem verwunschenen Gewölbe. Ich bezweifle, dass es da unten etwas Schlimmeres gibt, als das, was wir bereits gesehen haben. Glaubt, was ihr wollt, Junge. Ihr kommt nicht vorbei. Das Licht ist meine Stärke. Für die Ehre. Gehen wir. Besteht Gefahr? Besteht Gefahr? Ich komme, um dieses Land zu leuten. Für einen Menschen braucht ihr ganz schön lange. Die Gerechtigkeit wird sieben. Was ist los? Das Licht ist meine Stärke. Ich stehe für das Licht. Gehen wir. Geht um, bevor es zu spät ist. Ihr wollt das Schwert noch immer beschützen, was? Nein. Ich will euch vor ihm beschützen. Oh. Oh. Das Licht ist meine Stärke. Seht, Moradin. Unsere Rettung. Frostgram. Halt, Freund. Da ist eine Inschrift auf dem Sockel. Eine Warnung. Hier steht, wer diese Klinge nimmt, wird ewige Macht erlangen. Wie die Klinge Fleisch verbrennt, so versenkt Macht die Seele. Oh. Ich hätte es wissen müssen. Die Klinge ist verflucht. Verschwinden wir schleunigst. Ich würde mit Freude jeden Fluch ertragen, um meine Heimat zu retten. Lasst es gut sein, Arthas. Vergesst die Sache und führt eure Männer heim. Zum Teufel mit den Männern. Nichts wird mich daran hindern, Rache zu üben, alter Freund. Nicht einmal ihr. Wohlan. Ich rufe die Geister dieses Ortes. Ich gebe alles und zahle jeden Preis, wenn ihr mir nur helft, mein Volk zu retten. Also, ich bin nicht mehr lange durch muradin ist tot doch verzagt nicht hauptmann Der Feind kann gegen die Macht von Frostgram nicht lange bestehen. Natürlich. Ich tue, was ich muss. Himmelwärts! Die Gerechtigkeit wird siegen. Ich bin hier, um zu helfen. Ein solider Plan. Für die Ehre. Das Licht ist meine Stärke. Gewiss. Besteht Gefahr? Eiche! Ich stehe für das Licht. Für die Ehre. Ich stehe für das Licht. Natürlich. Ja, mein Freund. Forschung abgeschlossen. Hear this. Das Licht ist meine Stärke. Helft mir, euch zu helfen. Wenn ihr drauf besteht. Besteht Gefahr? Ich bin hier, um zu helfen. Spürt meinen Zorn. Die Gerechtigkeit wird siegen. Forschung abgeschlossen. Das Licht ist meine Stärke. Ich stehe für das Licht. Ein solider Plan. Besteht Gefahr? Ich bin hier, um zu helfen. Ich bin euer Zwerg. Die Gerechtigkeit wird siegen. Besteht Gefahr? Für die Ehre. Die Gerechtigkeit wird siegen. Das Licht ist meine Stärke. Ich bin hier, um zu helfen. Was darf sein, Heißsporn? Ich stehe für das Licht. Die Gerechtigkeit wird siegen. Ich bin hier, um zu helfen. Braucht ihr Hilfe, Mensch? Was? Bereit zur Arbeit? Ja, mein Lord. Na gut. Richtig. Ich gehe dann mal. Ja, mein Lord. Bereit zur Arbeit? Na gut. Es ist mehr Gold erforderlich. Besteht Gefahr? Ein solider Plan. Was ist? Es ist mehr Gold erforderlich. Ich gehe dann mal. Ich bin hier, um zu helfen. Arbeit ist zur Arbeit. Elender Kerl. Ich stehe für das Licht. Arbeit ist zur Arbeit. Das Licht ist meine Stärke. Arbeit ist zur Arbeit. Arbeit ist vorbraucht. Ihr habt das Licht verraten. Gewiss. Natürlich. Für die Ehre. Jetzt wird gerichtet. Arbeit ist vorbraucht. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Besteht Gefahr? Das Licht ist meine Stärke. Die Gerechtigkeit wird sieben. Arbeit ist vorbraucht. Das Licht ist meine Stärke. Arbeit ist vorbraucht. Die Gerechtigkeit wird sieben. Mehr Arbeit? Ich stehe für das Licht. Ich bin hier, um zu helfen. Ja, verlaut. Besteht Gefahr? Einer. Verfügt über mich. Besteht Gefahr? Ich bin hier, um zu helfen. Ich tue, was ich muss. Ich stehe für das Licht. Natürlich. Sire? Das Licht ist meine Stärke. Die Gerechtigkeit wird sieben. Das Licht ist meine Stärke. Ich bin hier, um zu helfen. Ja, verlaut. Die Gerechtigkeit wird sieben. Für meinen Vater, den König. Gewiss. Sire? Auf sie! Besteht Gefahr? Ich stehe für das Licht. Forschung abgeschlossen. Besteht Gefahr? Ein solider Plan. Eiche! Das Licht ist meine Stärke. Die Gerechtigkeit wird sieben. Die Gerechtigkeit wird sieben. Ich bin hier, um zu helfen. Spürt meinen Zorn. Für meinen Vater, den König. Ich stehe für das Licht. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Ihr habt das Licht verraten. Besteht Gefahr? Bereit zur Arbeit. Ja? Ich bin hier, um zu helfen. Das Licht ist meine Stärke. Jetzt wird gerichtet. Bereit zur Arbeit. Das Licht. Verlust euch auf mich! Die Gerechtigkeit wird sieben. Ich stehe für das Licht. Elender Kerl. Besteht Gefahr? Ich stehe für das Licht. Die Gerechtigkeit wird siegen. Das Licht ist meine Stärke. Ich bin hier, um zu helfen. Ich bin euer Zwerg. Besteht Gefahr? Ein solider Plan. Für die Ehre. Natürlich. Gewiss. Natürlich. Für die Ehre. Ich bin hier, um zu helfen. Ein solider Plan. Die Gerechtigkeit wird siegen. Forschung abgeschlossen. Das Licht ist meine Stärke. Jetzt wird gerichtet. Ich stehe für das Licht. Forschung abgeschlossen. Das Licht ist meine Stärke. Das Inventar ist voll. Ich stehe für das Licht. Besteht Gefahr? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, mein Freund. Die Gerechtigkeit wird siegen. Die Gerechtigkeit wird siegen. Die Gerechtigkeit wird siegen. Forschung abgeschlossen. Das Licht ist meine Stärke. Das Licht ist meine Stärke. Ein solider Plan. Natürlich. Für die Ehre. Arbeit ist vollbracht. Ich stehe für das Licht. Gewiss. Unsere Stadt wird belagert. Natürlich. Ich bin hier, um zu helfen. Ich komme, um dieses Land zu leuten. Brauche ich den Loch, Mensch? Besteht Gefahr? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das ist voll der Anmerkauf. Unsere Stärke wird belagert. Das Licht ist meine Stärke. Der Tod kommt euch wohl. Ich bin hier, um zu helfen. Hoffentlich habt ihr einen guten Grund. Besteht Gefahr, um dieses Land zu losen. Elender Kern. Die Gerechtigkeit wird siegen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Für die Ehre. Unsere Staten werden belagert. Forschung abgeschlossen. Ich stehe für das Licht. Ich bin hier, um zu helfen. Das Licht ist meine Stärke. Forschung abgeschlossen. Die Gerechtigkeit wird siegen. Ein solider Plan. Mörser, komm! Besteht Gefahr? Habt ihr ein Ziel für mich? Helft mir, euch zu helfen. Ich bin bereit. Ja. Zählt auf mich. Ich bin hier, um zu helfen. Das ist voll der Hammer. Ich stehe für das Licht. Ich komme, um dieses Land zu läutern. Besteht Gefahr? Natürlich. Ein solider Plan. Gewiss. Für die Ehre. Das Licht ist meine Stärke. Ein solider Plan. Ich bin hier. 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 Wie kann ich dienlich sein? Ist meine Hilfe von nöten? Das ist voll der Hammer. Was ficht euch an? Ja, mein Freund. wie ihr wünscht das licht ist meine stärke ist jemand verletzt ich tue was ich muss natürlich gewiss für die ehre gewiss unsere streitkräfte mehr arbeit ich bin hier um zu helfen besteht gefahr die gerechtigkeit wird sie für euch gibt es keine rettung mehr ein solider plan die gerechtigkeit wird sie was ist richtig forschung abgeschlossen ist meine hilfe von nöten das licht ist meine stärke natürlich ich bin bereit ich bin euer zwerg ja mein freund besteht gefahr für die ehre natürlich für meinen vater den könig ich stehe für das licht ich bin hier um zu helfen gewiss spürt meinen zorn ich bin hier um zu helfen die gerechtigkeit wird sie ihr habt das licht verraten das licht ist meine stärke abgeschlossen besteht gefahr ich stehe für das licht ich bin hier um zu helfen also besteht gefahr um dieses land zu läutern ein solider strahl unsere streitkräfte werden angegriffen arbeit ist vollbracht das licht ist meine stärke ich tue was ich muss ich stehe für das licht das licht ist meine stärke ich bin hier um zu helfen das licht besteht gefahr ist jemand verletzt habt ihr ein ziel für mich wir sind gestartet das licht ist meine stärke wie kann ich dienlich sein ich komme um dieses land zu läutern wir sind gestartet die gerechtlichkeit wird sie ich stehe für das licht natürlich ich bin hier um zu helfen wir sind gestartet ja mein freund ist meine hilfe ich kann um dieses land zu läutern wie kann ich dienlich sein besteht gefahr wir sind gestartet ein solider plan ich stehe für das licht ich stehe für das licht ich bin hier um zu helfen die gerechtigkeit wird sie ich komme um dieses land zu läutern was ficht euch an das licht ist meine stärke das licht ist meine stärke besteht gefahr ist jemand verletzt ich stehe für das licht das licht ist meine stärke ich bin hier um zu helfen ich bin hier um zu helfen ich stehe für das licht das licht ist meine stärke gewiss ich bin hier um zu helfen ich stehe für das licht für die ehre natürlich unsere streitkräfte werden angegriffen eure durchlaucht sofort ich bin euer zwerg die gerechtigkeit wird siegen besteht gefahr ich bin hier um zu helfen ja mein lord na gut ich gehe dann mal Forschung abgeschlossen das licht ist meine stärke ja mein lord na gut richtig was ist ja mein lord bereit zur arbeit was ist euer begehren besteht gefahr für die ehre zeigt uns ein ziel ist meine hilfe von nöten was ficht euch an ich bin euer Schütze bereit zur arbeit arbeit ist vollbracht arbeit ist vollbracht was arbeit ist vollbracht ich gehe dann mal arbeit ist vollbracht gut und ja mein das so selbst wird recht wenn Führ Lordaeron. Befehle? Ich stehe für das Licht. Verlasst euch auf mich! Ist jemand verletzt? Forschung abgeschlossen. Unverzüglich. Gewiss. Ein solider Plan. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Gewiss. Das Licht ist meine Stärke. Ein solider Plan. Die Gerechtigkeit wird sieben. Für die Ehre. Ich bin hier, um zu helfen. Spürt meinen Zorn. Ich stehe für das Licht. Das Licht ist meine Stärke. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Besteht Gefahr? Natürlich. Ihr habt das Licht verraten. Die Gerechtigkeit wird sieben. Natürlich. Ein solider Plan. Ich bin hier, um zu helfen. Das Licht ist meine Stärke. Das Licht ist meine Stärke. Die Gerechtigkeit wird sieben. Ich krieg zu, was ich muss. Gewiss. Ich bin hier, um zu helfen. Besteht Gefahr? Für die Ehre. Eise? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Japp. Kein Problem. Besteht Gefahr? Ich stehe für das Licht. Die Gerechtigkeit wird sieben. Ich bin euer Zwerg. Das Licht ist meine Stärke. Besteht Gefahr? Wir sind gestartet. Start frei. Wir sind gestartet. Ich bin hier, um zu helfen. Verlasst euch auf mich. Das Licht ist meine Stärke. Besteht Gefahr? Wir sind gestartet. Ich komme, um dieses Land zu lautern. Wir sind gestartet. Ich erwarte euren Befehl. Die Gerechtigkeit wird siegen. Ich bin hier, um zu helfen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ein solider Plan. Wir sind gestartet. Ich stehe für das Licht. Wir sind gestartet. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich komme, um dieses Land zu lauten. Wir sind gestartet. Ich stehe für das Licht. Das Licht ist meine Stärke. Ist jemand verletzt? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir sind gestartet. Ich bin hier, um zu helfen. Wir sind gestartet. Ja, mein Gott. Verflügt über mich. Wir sind gestartet. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die Gerechtigkeit wird siegen. Wir sind gestartet. Nicht genug Wager. Ja, besteht Gefahr? Was ficht euch an? Unsere Stadt wird belagert. Die Gerechtigkeit wird siegen. Besteht Gefahr? Wir sind gestartet. Wie geht's? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich stehe für das Licht. Unsere Stadt wird belagert. Jetzt wird gerichtet. Wir sind gestartet. Jetzt wird es keine Rettung mehr. Wie ist der Flugplan? Nimm das! Das Licht ist meine Stärke. Gehen wir kämpfen! Unsere Stadt wird belagert. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich bin hier, um zu helfen. Ich bin hier, um zu helfen. Ich erwarte euren Befehl. Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel Geld. Ich erwarte euren Befehl. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich stehe für das Licht. Besteht Gefahr? Wir sind gestartet. Die Gerechtigkeit wird siegen. Ist meine Hilfe vernöten? Natürlich. Die Gerechtigkeit wird siegen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich bin hier, um zu helfen. Start 3! Stutt! Das ist voll der Wanner! Ich stehe für das Licht. Wir sind gestartet! Das Licht ist meine Stärke. Weiße! Wir sind gestartet! Ich bin hier, um zu helfen. Mehr Arbeit! Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich kann hier nicht sein. Na gut. Richtig. Wir sind gestartet! Ich stehe für das Licht. Ihr habt also Frostgram an euch genommen und das Leben eurer Kameraden dafür geopfert, wie der dunkle Lord vorhergesagt hatte. Ihr seid stärker, als ich dachte. Spart euch die Worte mal Ghanis. Ich höre nur noch auf Frostgrams Stimme. Ihr hört die Stimme des dunklen Lords. Er spricht zu euch durch die Klinge. Was sagt er, junger Mensch? Was hat euch der dunkle Lord der Toten zu sagen? Es sagt mir, dass die Zeit für meine Rache gekommen ist. Was? Er kann unmöglich zulassen. Das... Das ist vorbei. Das ist vorbei. Das istwerk die persistence. also Earth-Tot-Gobble und channel anschauen. Ich rufe... Aber ganz wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020